hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulationen ich bin's der bio und begrüße euch zu einer neuen ausgabe der pnv news dafter games hatte vor einigen tagen ein bild gepostet bei der aufschrift 9 juni 2020 was es damit auf sich hat erfahrt ihr jetzt hier in den news und so hat david games transom world 2 angekündigt transom world 2 ist ein neuer simulator für pc xbox one und playstation 4 der vor allem früheren transom world erfahrung getrennt ist dieser erscheint jetzt am 6 august 2020 wir müssen transom world voranbringen so heißt es und indem wir den motor weiterentwickeln und simograph weiterentwickeln können wir neue funktionen und weitere arten der zugsimulation hinzufügen transom wird zwei beinhaltet zum ersten mal hochgeschwindigkeits und längere fracht und setzt unsere zukünftigen ziele auf dampfmaschinen multiplayer und mehr fort spüren sie den nervenkitzel der deutschen hochgeschwindigkeitsstrecke wenn sie im berühmten db ic e 3m aus köln gas geben und die geschwindigkeit erhöhen sich der herausforderung stellen mit dem csx ac 4400 cw lange fracht über sand patch grade zu transportieren und die komplexen operationen der londoner u-bahn auf der bakalu line alle offiziellen lizenzen alle authentisch neu erstellt sie sind in der kabine und haben die kontrolle so steht das ganze auf der webseite jetzt von dovetail games mit neueren funktionen die natürlich ausgestattet werden unter anderem haben wir hier den szenario planer und repaint designer der jetzt zukünftig im spiel enthalten ist personalisieren sie ihre bahnreise mit zwei brandneuen benutzerfreundlichen tools erstellen sie mit dem livery designer ihre eigene lackierung mit denen sie sowohl einfach als auch komplexe designs erstellen können um ihre trennen wird zwei lockt lackierung zum leben zu erwecken erstellen sie mit dem szenario planer ihr eigenes szenario und wählen sie logs und ziele aus bevor sie hinein springen und auf die schienen gehen quick drive ihr weg erhalten eine sammlung die ihr bereits schon gekauft hat für trends im world 2020 und die vorigen teile sind natürlich alle kompatibel mit natürlich train sim world 2 es sind neue daft der live funktion mit da enthalten wie unter anderem das treiber logbuch online nachbesprechung und railfan aufnahmen ja mit dabei natürlich die deutsche hochgeschwindigkeitsstrecke die londoner u-bahn buckler line sand patch great die zum ersten mal jetzt auch den weg auf die konsole findet ich habe mal noch ein paar fhqs rausgesucht was vielleicht noch für den einen oder anderen vielleicht noch ganz interessant sein dürfte unter anderem kann ich eine lackierung oder ein szenario zum teilen oder verkaufen erstellen ja also kann man sie jetzt vielleicht jetzt erstellen und sie jetzt öffentlich stellen zum beispiel das szenario das repaint und hier erteilt darf der games eine klare absage so heißt es der livery designer und der szenario planer haben auf keinen keiner platz hat auf keiner plattform freigabeoptionen so dass ihre entwürfe nur für sie persönlich sind diese designs und pläne können nicht verkauft werden sie können ihre kreationen jedoch über die neuen funktion darf der live railfanshots mit fotos teilen des weiteren haben wir mal geguckt was die nächste große frage ist wo ist der vollständige pc-editor und hier antwortet darf der games so der livery editor und der szenario planer sind der erste schritt auf unserem weg zur veröffentlichung umfassender tools wir hoffen dass so viele leute die für transom world 2 erstellen möchten dies tun können unabhängig davon auf welcher spieleplattform sie sich befinden die veröffentlichung des vollständigen editors auf der pc ist weitaus komplexer als auf dem ursprünglichen zugsimulation zunächst muss die unreal 4 engine selbst vollständig heruntergeladen werden anschließend gibt es eine reihe weiterer einzigartiger plugins wie zum beispiel simograph und andere die für die erstellung von locks und routen von entscheidender bedeutung sind wir wissen sowohl aus tests mit geschlossenen türen als aus der zusammenarbeit mit erfahrenen entwicklern von drittanbietern dass dies kein einfacher zu verwenden verwendender editor ist bis wir diese probleme behoben haben werden wir nichts weiter veröffentlichen also hier gibt es also soweit erstmal auch keinen ja fortschritt in sachen weitere decs wo ist der multiplayer wurde gefragt wir möchten multiplayer zu transom world 2 bringen und haben jetzt ein design von dem wir glauben dass es eine großartige soziale erfahrung bietet es war entscheidend basierend auf der erfahrung des modus zu entwerfen und die richtigen rollen und die richtige kommunikation in unseren online erfahrungen zu bringen der mehr spieler modus ist nicht teil von transom world 2 steht jedoch auf unserer zukünftigen road map und zu guter letzt habe ich noch die frage ausgesucht wird es track ar und rail driver unterstützung auf dem pc geben und hier antwortet nicht beim start wir arbeiten jedoch bereits daran track ar und rail driver pc unterstützung innerhalb von ein zwei monaten nach dem start für transom world 2 bereitzustellen also das kommt zumindest ja also endlich mal der rail driver ja der kann jetzt ja immer wieder aus dem schrank geholt werden und ich natürlich mit meinem tracker er was ja sowieso großartig finde findet jetzt den zugang zu transom wird ja das wurde jetzt wie gesagt heute alles verkündet ihr könnt das ganze natürlich auf der seite von darf der games alles nachlesen ich packe euch das natürlich unten in der video beschreibung mit rein ja ist allerdings in englisch deswegen ist es auch ein bisschen komisch gut deutsch schätze ich ja alles das ganze ein bisschen übersetzen lassen habe ich hoffe ihr verzeiht mir das ganze ja aber so weit sieht es aus am 8 august geht es denn los wenn ihr möchtet könnt ihr das ganze jetzt schon auf steam euch auf eure wunschliste packen denn auch dort ist es bereits verfügbar also wer nicht warten will der kann sich das jetzt gleich auf die wunschliste packen und sobald das natürlich ja vorbestellbar ist kann man es denn auch tun wir werden euch dementsprechend weiterhin auf dem laufenden halten wie es hier weitergeht mit der reise von trains im world und ich bedanke mich natürlich für eure aufmerksamkeit und verabschiede mich jetzt wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis denn tschüss bis denn tschüss